Harte, flache Schüsse sind auch eines der wichtigen Themen beim Kack-Tor des Monats Oktober. Tor 1. Vincent Goldbach, TSV Poppenhausen oder der Kniefall aus der Kreisliga A4 Fulda-Röhn. Erst wirkt es alles recht abgeklärt und souverän, dass der Keeper der SG Rollbach Brand da treibt. Aber dann schießt er sich quasi ins eigene Knie und serviert Goldbach auf dem Silbertablett doch noch. Das Tor. Untertitelung des ZDF für funk, 2017